Wir hatten ein Angebot aus Dubai, denn es hätte eigentlich noch weiter Fußball gespielt. Und dann kam Corona und dann haben die die ganze Zeit rumgedruckst und dann haben wir überlegt, fliegen wir jetzt nach Hause. Und dann sind wir mit der letzten Maschine noch im Lockdown quasi nach Hause geflogen, nach Frankfurt, weil keine andere mehr flog von Abu Dhabi, glaube ich. Und dann hieß es, haben sie sich halt voll nicht mehr gemeldet, das war so traurig. Weil wir hätten gerne mal noch so ein Auslandsjahr gemacht oder zwei. Bis zum nächsten Mal.